gemacht von venya ich folge spuren von venya und urus fand ist dunkel ich mache keine keule um feuer zu tragen bitte was keule oh leute waren in einem museum und genau diese waffe haben die halt uns erklärt was das ist das eine keule etwas von feuer tragen gesagt ich erinnere mich daran man konnte so keule und sich jetzt hier durch meine fackel kann ranken verbrennen was so hallo geht es auch schneller es hört sich so schlecht an ich renne ich renne es ist mir egal holy shoot ich soll da lang anscheinend schon hier ist noch sogar holz das kann ich mir leute ich habe irgendwie angst ich will nicht gegen so ein tier kämpfen das ist ein toter wolf von venya ich glaube wenn ja ist unser sie fuß spuren das ist ein wolf oh shit kommt her komm her was willst du oh mein gott ja würde ich auch tun in deiner wird sich wirklich mit mir anlegen okay komm 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 ich würde weg rennen run renn jägersicht ok wer wölfe sind nicht so stark obwohl die mein lieblings tier und das ist eine beleidigung für mich was ist das ich weiß nicht was war aber ich fühle mich irgendwie sicherer hier ist das hier ist ein lagerfeuer das wasser das wasser nein aber meine keule kann ich jetzt noch trotzdem zum brennen bringen was das nicht ich fühle mich irgendwie komisch ich brauche licht entzünde waffe ich fühle mich besser da ging jemand da ging jemand da ging jemand was das hier ich dachte man kann das durchsuchen ich fühle mich besser Meine Keule verbrennt immer mehr. Da muss ich Neukraften oder was? Ja, egal. Ich mach gleich meine Jägersücht. Hier ist ein Ratten. Was ist das? Die sind gemein oder wie die heißen? Oh mein Gott, da ist ein Tiger. Und es hat einen Menschen. Oder was auch immer. Die gerne in so einem Zelt leben. Da ist eine Frau. Da ist der Frau. Und wo ist der Tiger? Ja. Okay, Cinematik. Checkpoint. Oh mein Gott, tote Menschen, bitte. Oh mein Gott, hässlich. Warte. Warum haben die keine Ohren? Sie schneidet die Ohren ab. Beste Hobby ever. Mach ich auch hinter. Tiger. Verkusch dich. Zurück. Ich würde mich nicht so gerne umdrehen. Oh, ich hatte Gänsehaut. Also, ich hatte Gänsehaut, weil der hinter mir ist. Also, wie krass waren früher bitte die Tiger? Also, die waren wirklich gefährlich. Also, früher waren irgendwie die Urzeit-Tieren und waren viel stärker als heutzutage. Ein normaler Wildschwein könnte ein ganzes heutiges. Also, ein altes Wildschwein könnte heute ein. Hä? So ein. Hm, was könntest du hier legen? Ja, ein anderes Wildschwein halt. Wieso hast du Ohren? Hm, du bist ein Venya, nicht aus Oros. Ich fühle Sonnenkreist. Ich bin Takar. Ich brauche Udam-Ohren. Und wieso? Gehst du allein? Gehst du alleine? Ist das ekel? Ich bitte hör auf, deine Ohren zu sammeln. Oder... Ich habe Unterschlupf. Essen, komm. Hey, Alter, was hatten früher die Menschen als Hobbys? Komm. Ich komme. Nehmen uns sind Kokainblätter. Wer kennt es nicht? Aber früher hatte man den Nachteil, gefährlichere Tiere, die Menschen waren halt schwächer. Aber der Erde war gesunder, die Bäume waren gesunder, das Gras war gesunder. Und jetzt nicht an Drogen trinken, denken. Alles war gesunder, weil es keine Technik gab. Aber heutzutage können wir ohne Technik nichts anfangen. Essen. Ah, da. Essen. Habe ich vergessen, Mann? Oh, shit. Sie hat eine Verletzung am Rücken. Das habe ich gesehen. Oh, die kenne ich auch. Das ist richtig lecker. Wo sind andere Venja? Tot. Ul, der Anführer zerstört Heimat von Venja. Ich würde nicht gegen Stein hauen. Ul, der Anführer zerstört Heimat von Venja. Weil sie hat diese Verletzung am Rücken. Jetzt alle Venja gehen allein. Keine Heimat in Oroz. Leute, auf meine Sprache ist Oroz. Es bedeutet Russland. Also wir sind hier in Russland. Die Tigerwunde, tief. Ich helfe. Grüne Blätter draußen. Bring sie mir. Boah, das kann weh tun, Leute. Ich will nicht sagen, aber früher waren die Frauen auch stärker. Auch die Männer. Also früher waren halt die Menschen viel muskulöser als heutzutage. Weil heutzutage chillen wir in unsere Häuser. Aber ich würde nicht gerne... Du findest grünen Blätter bei Fluss. Es sieht so schön aus, Leute. Wer würde hier nicht gerne wohnen, ohne diese gefährlichen Tiere? Und mit anderen Leuten und ohne diese Psycho-Leute, die Ohren sammeln? Alter, wie schön ist das wieder hier? Und diese Geräusche mit Wasser, Leute. Ich würde so gerne neben Wasserfall wohnen. Dieser Geräusch lässt mich einschlafen. Ach, was sind das für Geräusche? Leute, ich habe irgend so ein Gefühl, hier wird safe ein Krokodil. Nee, hier nicht. In diesem nicht. Da ist so eins. Ich habe einen Menschen, Gött. Und am Fleischfresser. Oh mein Gott, mein Herz! Ach so, das sind hier keine Beamten. Oh mein Gott, mein Herz! Kannibale. Kannibale. Bringt die grünen Blätter zu Zaya. Okay. Feuer löschen. Leute, es ist echt krass, was hier abläuft. Schreibt es in die Kommentare. Wer würde gerne hier wohnen? Ey, verpiss dich doch! Heil dich! Bitte, heil dich! Komm her! Lappen! Komm her! Scheiß Kannibale! Ich kann nicht so, wir müssen gut GO! Dann sind sie drauf! Girlsよ? Dann sind sie auf dem Monten. Alles klar, musst du halt. Ich weiß, den ich... Bailey, ganz deutlich%. Ich bin ganz Claus- Ich bin sehr cool. Hier.